So, und hier bin ich auch wieder. Und es geht weiter mit der Mission. Bam! Ja, aber erst, ich dich vermöbelt hab. So, was hätten wir jetzt in Unterricht? Englisch 3, oh Gott! Nicht Englisch. Und, oh man, was verfolgen mich da alle für Leute? Ja, das weiß ich. Die hinter mir aber auch. Und sie können schon nicht mehr. Obwohl sie Football-Spieler sind, die müssen doch ein bisschen Ausdauer haben. Da hab sogar ich mehr Ausdauer. Also jetzt, im Spiel. In echt hätte ich wahrscheinlich nicht mehr Ausdauer. Fuck, jetzt wurde ich erwischt. Das ist der Biss, dich. Oh man, ey. Das kann auch Ewigkeiten dauern, wenn das so weitergeht. So, okay. Er ist schon im orangenen Bereich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so einen Sinn macht, wenn ich die jetzt verhaue. Also ich glaube nicht, dass das so klug wäre. Na, komm. Macht das irgendwas? Naja. Nicht wirklich. Das bringt mir auch nicht wirklich viel. Oh, warte jetzt. Damit, bah. Oh, die verhauen mich hier noch, ey. So, jetzt liegt er da am Boden. Ah, genau. Ich könnte vielleicht so mal machen. Nein, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Oh, liegt vielleicht irgendwo eine Bienenkola. Äh, das wäre nämlich ganz gut. Und so viel Leben habe ich nicht mehr. Ist das ätzend. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, der jetzt gerade hinter mir herläuft, der mit dem Baseballschläger. Weil der hat doch noch ziemlich viel Leben und alles. Oh, was ist das? Ah. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann... ...vauen die mich direkt. Na komm, jetzt mach endlich schlapp, ey. Ey, das kann man jetzt nicht angehen. Na komm, wie sieht den anderen an, ey? Na komm, lad nach. Bam. So, ich muss jetzt mal ein bisschen hier verhauen. Weil, äh, das wird mir doch ein bisschen zu viel. Und hier liegt jetzt auch schon eine Bienenkola. Danke. So, die muss ich jetzt irgendwie hinter mir besiegen. So. Äh, na komm, hol den, was nützlich ist. So, okay. Der ist jetzt schon mal weg. Der ist nicht weg. Na komm, nochmal. Ah, jetzt bin ich gleich selber weg, ey. Ah, das ist echt eine Scheißmission. So, dann hau ich den jetzt tot. Oder K.O. Tod ist ein bisschen übertrieben, ne? So. Jetzt aber. Na komm. Wir holen jetzt irgendeine Waffe aus und dann... Weiß ich nicht. Na komm, machen fertig. Ich hab keine Bock mehr auf diese Mission. Oh, jetzt ist er wütend. Jetzt ist er richtig. Was ist dein Problem, Mann? Oh, fuck. Jetzt kommen die Typen schon wieder. Oh. Ich dachte, ich hätte es jetzt mal endlich abgehängt. Ich hätte jetzt mal meine Ruhe. Aber nein. Scheint nicht so zu sein. So, ein Beam-Bimkola. Danke. Oh, dann treff doch auch. Okay, die Typen können schon wieder nicht. Oh, dann will sie doch auch das Maskottchen an, ey. Mein Gott. Ist das ätzend. Ja, ha. Wir haben es jetzt auch gehört. Ey, ich verhau die gleich. Das meine ich ernst. Sollst du das verdammte Maskottchen anvisieren, ey. Mann. Ey, was machst du da? Ja, das kann doch nicht angehen. Das ist ätzend. Einfach nur ätzend. Ah. Ah, das gibt's auch nicht, ey. Nein. Nicht auf den, sondern auf das Maskottchen. Ich hab keine Ahnung, was mein Problem ist. Außer dieses Spiel, ey. Die haben eigentlich... Das ist eigentlich mein Problem. Aber egal. So, na komm. Jetzt aber. Nein, natürlich nicht. Halt mich auf. Ah, ey. Hier. Wie schmeckt dir das, ey? Das verpisst dich endlich. Na komm, jetzt bleibt das stehen. Danke. Ja. Na, super. Muss ich jetzt noch weitermachen, oder war es das jetzt? Jetzt auch nicht, ich muss nur abhauen, ey. Hab ich grad schon lang genug gemacht, ey. Oh, seit sieben Minuten bin ich jetzt dran. Sogar noch ein bisschen länger, die eine Folge. Hat ja auch noch ein bisschen was davon. Anstatt, dass ich die hier hinlocke, soll ich das ganze... Das mal, äh, Maskottchen da tot prügeln, ey. Ah. Na egal, vielleicht komm ich noch zu Englisch. Hab ich zwar keinen Bock drauf, aber... Muss auch mal irgendwas werden. Oh, ne, jetzt kommt erst noch ein Bosskampf, oder so. Das merke ich. Ähm, ja, Munition hab ich jetzt nicht mehr so viel, sonst würde ich jetzt Munition verballern. Oh, fuck. So, aber da hinten liegt noch ein bisschen, äh... Beam-Cola. Das sollte ich dann vielleicht auch nutzen. Aktiviere Bullen-Power, ja. Aber ansonsten ist noch alles gut, ne? Na komm. Steh auf. Oh, jetzt macht er sich bereit. Also, ich glaub, der nimmt seine Rolle ein bisschen zu ernst. Hab ich so das Gefühl, auf jeden Fall. Ah. Na, jetzt will er wieder angerannt kommen. Batsch. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal im roten Bereich. Das heißt, er ist gleich... Fertig. Mit der Welt. Oder mit seinem Maskottchen-Job. Oder sonst was. Scheiße. Na komm. Naja, das bringt mir jetzt auch nichts. Ey. Penner. Ha, wie geil. Fällt dann auf den... Auf den Murmeln. Oder rutscht dann auf den... Auf den Murmeln aus. So, jetzt machen wir ihn fällig, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, das kann sein. Maskottchen-Outfit. Ja. Ist nur die Frage, ob ich das möchte. Das hab ich jetzt automatisch an. Oder wie? Ey, jetzt hab ich das dann auch automatisch an, ey. Kannst du deine Projektivwaffen nicht benutzen? Ja. Ist ja noch besser. Ja, und jetzt hört der Unterricht auf, oder was? Nein, ich bin doch zu Englisch 3. Aber wieso... Wieso blinkt denn das jetzt so? So, jetzt scheiße auf das Outfit jetzt. Rennen einfach. Nein, jetzt ist es weg. Toll, die Mission hat jetzt so lange gedauert, dass ich den ganzen Unterricht verpasst hab, ey. Nicht, dass das schlimm wär, aber... Naja, es hätte mir vielleicht ein bisschen was gebracht, damit ich dann... Ähm... Englisch... 3 geschafft hätte. War es ja, glaub ich. Und dann... Wieder irgendeinen Bonus bekommen hätte, oder so. Aber na egal. So, ich zieh mich jetzt erstmal um. Also, das soll jetzt erstmal das Erste sein, denn... Äh... Wenn ich keine Waffen benutzen kann, keine Projektilwaffen... Äh, dann... Ist das ziemlich schlecht, und... Äh... Naja. So ein Outfit muss auch nicht sein. Ganz ehrlich. Wieso hab ich denn das jetzt so automatisch an, ey. Das ist echt... Naja. Moin. Ach, ich kann nicht mal irgendwelche Sachen machen, von wegen Moin und so. Äh, schade. Na ja, ein bisschen Munition holen. Äh... Das machen wir auch mal voll. So. Ähm... Nein, Moment. Äh... Zurück. Ich möchte mich erstmal umziehen. Ähm... Na ja. Ich möchte eigentlich das, was ich vorher hatte. Yeah, stylisch. Ähm... Was hatte ich denn vorher? Ich hatte doch... War das das? Team Zip-Up? Ja. Linker Arm. Da hatte ich das. Beine. Das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ähm... Nein, Sportwurst auch nicht. Ich glaube, ich hatte die Jeans, ne? Ja. Und dann Füße. Turnschuhe. Ja. Okay. Dann machen wir das so wieder. Ja, ich glaube, so war das. Okay, und dann speichern wir einmal hier. Und dann geht's auch direkt weiter, denn wir haben ja noch Mission. Gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, zwei Minuten ungefähr. Oh, die Mission hat so lange gedauert. Das regt mich auch schon wieder ein bisschen auf. Ähm... Oh, toll, noch da ganz hinten hin. Ja, super. Also, ich würde sagen, dann beende ich die Folge hier erstmal. Und dann machen wir in der nächsten... Die... Nächste Mission. Bis dann.